Eine Sparkasse als Gläubigerin will einem meiner Kunden seine Immobilie wegnehmen. Mit Hilfe falscher Abrechnungen und einer Zwangsversteigerung. Allerdings beißen die öffentlich-rechtlichen Bankster bei meinem Geschäftsfreund auf Granit. Denn inzwischen konnte dieser pfiffige Mensch die zuständige Abteilung beim federführenden Amtsgericht komplett lahmlegen. Wie er das geschafft hat? Ganz einfach. Er hat die Beamten mit einem cleveren Antrag nach dem anderen konfrontiert. Eine Fähigkeit, die ihm sogar eine waschechte Juristin vorher nie und nimmer zugetraut hätte. Die er aber mit meiner Hilfe inzwischen souverän beherrscht. Resultat? Die Zwangsversteigerung liegt auf Eis. Und die Sparkassen-Gauner haben das Nachsehen. Wollen Sie solche Husarenstücke auch schaffen? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber, die Macht des Antrags. Mit diesem Know-how treiben Sie jeden Staatsdiener erbarmungslos vor sich her. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Gehen Sie in unsere Flugzeiten. Gehen Sie auf dem Mentrent an.